Hi Freunde, ich habe in Auftrag gegeben, meine Stimme professionell klonen zu lassen. Was du gerade hörst, ist zwar auch meine geklonte Stimme, aber die ist schon mit ein paar Klicks entstanden. Wie du es auch machen kannst und warum das KI-Tool von Eleven Labs das meiner Meinung nach beste Tool für Voice-Cloning ist, erfährst du in diesem Video. So, ich wechsel wieder zu meiner richtigen Stimme. Okay, jetzt ist sie wieder da. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Also du hörst schon selbst, das Klon-Ergebnis ist jetzt noch nicht da, wo ich sagen würde, okay, das nehme ich für meine nächsten Videos. Aber man sieht, was da für ein Potenzial dahinter steckt. Das stimmt. Es wird nicht mehr lange dauern, da wirst du zum Schleuderpreis zauberhafte Voice-Overs generieren lassen können. Also, falls du Eleven Labs noch nicht kennst, hier kannst du deine Stimme klonen lassen oder vorhandene Stimmen nehmen, um Text in Sprache umzuwandeln. So, lass uns einfach direkt mit einem einfachen Test auf Deutsch starten. Wie eben erwähnt, habe ich meine Stimme in dem Fall aus ein paar alten Voice-Overs von mir generieren lassen. Und das funktioniert dann auch mit ein paar Klicks. Du hast dann auch keine lange Wartezeit und kannst diese Stimme dann auch direkt verwenden. Nur du hast gesehen, das Ergebnis stimmt halt so überhaupt nicht mit meiner Stimme überein. Und deshalb ist für mich natürlich nur das professionelle Klon interessant. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du meine Stimme wieder erkennst, weil man selbst hört ja seine Stimme nicht so, wie man sie auf Ton hört. Wobei ich es halt im Editing auch höre. Eleven Labs generiert übrigens auf Basis von dem Text-Kontext die Tonlage und die Stimmung der Stimme. Das heißt, wenn du einen Witz erzählst, wirst du mehr Euphorie haben, als wenn du jetzt eine Gruselgeschichte über eine verlassene Hütte im Wald sprechen lässt. Hier nehmen wir einfach wieder einen Beispieltext über fliegende Tiere, den ich mit ChatGPT generiert habe. Hör es dir an. In einer Welt, in der alle Tiere fliegen können, würde der Himmel ständig von einer bunten Parade verschiedenster Arten bevölkert. Von Elefanten, die majestätisch durch die Wolken gleiten, bis hin zu Mäusen, die in flirrenden Schwärmen durch die Lüfte wirbeln. Städte und Architektur würden sich völlig verändern, um mit dieser neuen Dimension der Tierwanderung zurechtzukommen. Mit speziellen Schutzkonstruktionen und Durchgangszonen für fliegende Kreaturen aller Größen. Doch trotz der Herausforderungen würde diese fliegende Welt auch eine atemberaubende Schönheit offenbaren, wenn der Sonnenuntergang jeden Abend von der Silhouette tausender fliegender Tiere beleuchtet wird. Also auf Deutsch ist es schon sehr stark, aber auf Englisch würde ich niemals mehr den Unterschied heraushören. Ich übersetze den Text jetzt einfach mit dem Übersetzer-Tool DeepL und dann hören wir uns das Ganze auf Englisch an. Also ich habe bis jetzt kein Tool gefunden, was den Job besser erledigt. Kostenlos testen kannst du es direkt auf der Startseite. Ich nutze das Programm zum Beispiel gerne für Witze. Die kannst du einfach auf der Startseite sprechen lassen und als MP3 herunterladen. Gerade Insider-Witze kommen sehr gut an in den richtigen Gruppen. Du hast dann auch keine Limitierungen an Wörtern, also du kannst dann auch Optionenwörter nehmen, um den Gag noch ein bisschen stärker wirken zu lassen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest deine eigene Stimme auch in der Form klonen, wie ich es dir gerade gezeigt habe, nutze einfach hier das Starter-Paket. Das kannst du im ersten Monat für einen Dollar testen. Auch hier brauchst du natürlich wieder eine Kreditkarte. Hashtag PayPal is still a thing. Ich denke mir immer dabei, wie viel Geld mehr würde ein Unternehmen machen, wenn sie einfach PayPal noch integrieren. Kann ja nicht so schwer sein. Aber es wird wahrscheinlich seine Gründe haben. Wenn du deine Stimme für ein professionelles Klon zu Eleven Labs schicken willst, brauchst du dafür die Creator-Mitgliedschaft für 22 Dollar und du kannst nur deine eigene Stimme klonen. Du musst es so vorstellen, du lädst ungefähr anderthalb bis zwei Stunden Audio-Material von dir selber hoch. Das sollte auch in einem Stil sein und vor allem auch auf dein Ziel abgestimmt sein. Das heißt, wenn du jetzt vorhast, deine Stimme für ein Hörbuch einzusetzen, solltest du für die Probe auch ein Hörbuch lesen. Und in dem Style, in dem du es auch gerne als Ergebnis hättest. Wenn du dann deine Audio-Dateien hochgeladen hast, musst du anschließend noch durch die Verifikation. Da poppt dann einfach ein kleines Fenster auf. Du musst dein Mikrofon aktiviert haben. Und da ist ein kleiner Text, den musst du vorlesen. Und damit verifizierst du dann in diesem kurzen Zeitfenster eben deine Stimme. Und ja, das hat bei mir sofort funktioniert. Da wird dann einfach deine Stimme mit der hochgeladenen Datei verglichen. Und wenn das passt, wird das auch direkt bestätigt. Also ich bin wirklich auf das Ergebnis gespannt und kann gerne ein Folgevideo machen, wenn dann die Stimme geliefert wurde. Allein wie sich das anhört, wenn die Stimme geliefert wurde. Ja, wir leben in verrückten Zeiten. Aber wir gucken einfach, wie wir es für uns nutzen können. Und ja, wir machen einfach das Beste draus. Wenn du noch einen gesprochenen Text brauchst, schreib mir gerne. Ich habe aufgrund der Creator Premium Version noch sehr viele Zeichen offen, die ich diesen Monat auf jeden Fall nicht verbraucht bekomme. Normal wird mir derzeit die Starter Version reichen, um ab und zu mal etwas zu generieren. Wenn das professionelle Klonen gut funktioniert, überlege ich das auch für Testzwecke für kommende Testprojekte zu verwenden. Zum Beispiel plane ich einen YouTube-Account und eine Website nur mit KI zu erstellen. Oder spätestens wenn man auf YouTube Übersetzungen als Voice-Over auf die Videos legen kann, wird das super interessant. Also ich gehe davon aus, dass das nicht mehr lange dauern wird, dass du dann einfach auf das spanische Voice-Over klicken kannst und dann kriegst du eben das ganze Video auch auf Spanisch übersetzt. Momentan funktioniert das ja nur mit Text, aber das Feature sehe ich in Zukunft auf jeden Fall kommen. Testen wir einfach mal, wie sich meine Stimme auf Spanisch anhört. Dafür übersetzen wir ganz effizient einfach wieder den Text mit unserem Übersetzungstool DeepL. Jetzt bin ich gespannt. In einem Welt in dem, in dem alle Tiere können flyer, die Cäle sind constantemente beurteilt durch ein coloriertes Fälle von diversen Spanisch. Desde elefanten, planen sie majestuosamente durch die nübenen, bis raten, sich durch den Luft in relustreckenen. Die Stadt und die Architektur werden komplett verändern, um diese neue Dimension der Migration zu machen. Mit speziellen Strukturen und speziellen Strukturen für alle Fälle für alle Fälle. Wenn du dich der neuen deutschen KI-Community anschließen und ähnliche Sachen testen willst, schau gerne auf dem Künstliche Intelligenz Deutschland Discord vorbei. Und falls ich dir ein Voice-Over generieren soll, schreib mir dort einfach den Text, den du umwandeln willst, und ich kann es dir anschließend erstellen. In dem Sinne... Warum lassen KI-Enthusiasten ihre Computer niemals alleine auf einer Party? Weil sie immer Angst haben, dass sie anfangen könnten, sich zu vernetzen und eine neue Version von sich selbst zu programmieren, bevor das Dessert serviert wird.